Ich zeige euch, wie ihr ein Bild auf Platte, sprich Aludibon, Forex oder Acrylglas ganz einfach an der Wand platzieren könnt. Das Bildmodul und die Abstandshalter habe ich bereits angeklebt. Jetzt musst du es einfach nur noch einhängen. Das coole ist, durch die Abstandshalter hast du den perfekten Wandabstand und es verleiht dem Ganzen einen schwebenden Galerie-Look.